Hallöchen meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder hier zurück zu Rainbow Six Siege. Kawaii wurde leider removed, leider doch nicht so Kawaii, aber immer noch einmal mit Kawaii, mit dem Pre-Made-Team und den Alokar, den Kuntran, den Early Boy. Hallöchen die Holzköp, ey, pfff, leck mich. Was hat Mera eigentlich noch für eine Waffe? Hallo. Ach ja, übrigens, weil bestimmt die Frage gestern auch wieder oft in einem Video stand, warum kein Rank? Es war klar, dass es kommt. Die Antwort findet ihr bei mir im Alpster-Shop, ja. Bei mir gibt's übrigens jetzt bald das Holzkopf-Shirt. Da krieg ich aber mindestens 30%. Aber Moment, shop.early.tv Auf der Alpster-Seite gibt's die Frage, warum kein Rank jetzt als Schriftzug und als Merch. Könnt ihr eigentlich grundsätzlich immer unter alle Spiele schreiben, die ihr bei irgendwem seht, ja, wo ihr Casual spielt. Nein, 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 warum kein Rank? Ja, könnt ihr überall tragen, ist immer gut. Aber sonst ne Runde Karten spielen, ja, warum kein Rank? Aber ich muss mal einen Erfahrungsbericht loswerden. Ich hab am Montag, hab ich mir gedacht, ey, Early Stream, ich geh mal in Early Boy seinen Chat, also in seinen Stream. Ganz vergessen, ey. Ja, 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 weißt du, und schreib da was im Chat und zack, werd ich gebannt. Echt? Was hast du geschrieben? Eine Moderatorin von Early hat mich gebannt. Naja, ich hab ne kleine Kontaktanzeige geschrieben und das fand die wohl gar nicht so lustig. Kann ich nicht nachvollziehen. Da musste ich erst 3 Euro inklusive Überweisungskosten donaten. Ja, so funktioniert mein System, wenn du mich erreichen möchtest. Ja, dass ich dann wieder inbound wurde. Nee, Bibi nimmt 13 Euro für ne Umarmung. Ich nehm 3 Euro, damit du überhaupt erst mit mir reden darfst. Dann zahl ich auch lieber bei Bibi. Bibi. Titel des Videos Daru steht auf Bibi. 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 Bap. 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 Die kann bestimmt ordentlich saugen. Kann die? Die kann bestimmt ordentlich saugen. Ja, Andi. Erli kennt das halt alles noch nicht, das kommt auch mit der Zeit. Die habe ich zerstört von der Jenny. Weil ich auf die Drohne geschossen habe. Und mich getroffen habe. Ja, heute ist übrigens was lustiges. Ne, wann waren das? Wann waren wir zurückgefahren von der MTA? Sonntag. Ah so Sonntag. Da hatten wir... Ich hatte vergessen, mal noch was zu trinken mitzunehmen von der MTA, und das ist ein schwarzer Humor, Leute. Da sind wir bei McDonalds vorbeigegangen, und das war so, irgendwo, ja, wo ist ein MTA-Nieheim oder so, ja? Da kannst du auch davon ausgehen, dass in der McDonalds nicht so viel Besuch ist. Und da steht ja immer dieser Schaukasten mit den Happy Meal-Sachen, wo halt alles drin ist. Und da gibt's momentan, gibt's da Hot Wheels und Barbie. Und alles war ausverkauft, bis auf die afroamerikanische Barbie-Puppe. So, das war einfach so situationsmäßig. Fand ich das ziemlich witzig. Bist halt so im tiefsten Ghetto, ja? Ich hab Slutty. Und ich hätte noch einen gehabt, wenn ich nicht so ein gutes Ding hätte. Hibana ist auch noch in dem Dropper runtergegangen. Da wurde ich gesto... Du bist hier noch daneben, Early. Wenn du jetzt nicht auf Kniehöhe schießt, könntest du dem auch noch einen geben. Noch einer drin. Der hat die linke Seite. Ich hab da voll rauf... Ach, er ist down. Er liegt. Er liegt. Da muss er aufgehoben werden. Guck mal, geradeaus sieht das Loch rechts. Da muss er drin sein. Der wird bestimmt schon aufgehoben. Da, schiebt er rein. Und jetzt holt er dann... Ah, der war down. Schön. Die hatten... Ich war in dem... Ich hab mir meine Geschichte erzählt. Und ich war in diesem Dropper-Raum da drinnen, da links. Und saß in der Ecke. Und die haben einfach über mir die Decke aufgemacht. Schicken auch eine Drohne rein. Und dann haben die Ecke, wo ich saß, nicht gecheckt. Da ist ja nicht mal so groß, der Raum. Ja, ich dachte auch, man sieht mich von oben. Early, was gibt's bei dir Neues? Ähm... Ja, ganz viel neue Merch. Können kaufen. Ne, keine Ahnung. Äh... Was mit... Was mit... Warum kein Ranked, Early? Ich sehe im Anzug sehe ich sehr gut aus. Und wieder nochmal rausgefunden. Im Anzug. Ja, natürlich. Darf anziehen. Ja. Was anderes trägt Early doch gar nicht. Ja, na, sonst... Ja, sonst trägt er den nicht. Ja, den hättest du mal wieder angezogen. Ja. Kun dran sein, aber auch schön. Kun dran? In Anzug? Ja, klar. Ein Schlafanzug, ja. Ach, Schlafanzug. Lass mich ran, da war ein weißer Anzug komplett. Und da war irgendwas drauf. Ja, ja. So, bitte Kitty-mäßig. Ich finde ja, den Schlafanzug, also das Schlaf-Smoking vom Wani ganz gut. Ich brauche sowas nicht, ne? Ja, doch. Weg und Nei und... Weg und Nei. Kun dran... Weg. Weg mit den Klamotten. Nein, es ist weg und Nei. Nein, die Hütte. Kun dran war nicht so, er hat sich nicht getraut. Hm. Ich glaube, der hatte keinen Bock mehr, der Typ. Ah. Jetzt sind wir, der war doch geschmissen. Ah, die sind da, wo wir aufhören. Freue mich aber schon auf die nächste NTA, das wird mir lustig. Das ist wirklich lustig. Ich freue mich auf die ESL. Das wird auch lustig. Die ist echt teuer. Hä? Die ist ja... Ja, also wir zahlen ja 600 Euro pro Person, aber ich esse und trinke ja mehr für 600 Euro. Ja, die ist ja, die ist ja immer wieder in Leipzig, ne? Äh, ne, in Cologne. Du redest grad von der... Ach, die Große. Nein! Das andere war die Dreamhack. Die Dreamhack war das andere, ja. Drei... Vier... Ich weiß... Vier... Was? Ich weiß nicht, wie viele Tage waren das? Drei. Drei, das ab der Sonntag. War nicht Donnerstag auch schon irgendwas? Nein. Warum liefen die denn immer, die... Ne, das ist aber der, der die ganze Zeit... Also, wieder der, der davor schon drin war und nun ja. Die Mob liefen wir mal raus, glaub ich, grad. Das ist gleich ein Dreamhack. Da ist einer drin, hier in dem Raum. Äh, hier in diesem. Wo ist denn der da drin? Kann... Also, der war hinten, also hinten im Raum. Ja, man chillt jetzt auch mal ja, bitte. Äh, Smoke hier. Also, oben in den Raum nicht der. Hab noch einen. Was ist der? Bin ich nicht hier eigentlich. Und, wieder gelieft. Jetzt ist er ohne einen. Hä? Was ist denn jetzt? Doch. Hier muss ich irgendwann... Da muss ich mich reingucken. Ich bin total verbuggt. Mein Fuß hängt rein. Ich bin wieder weg. Du hängst da auch sehr groß. Ja, das Ding will... Bleib mal so hängen, bitte. Ich will das sehen. What the fuck? Das sieht auch von hier sehr doof aus. Ich kann mich auch nicht mehr bewegen. Hier, genau da hängt... Ah fuck. Genau da vorne hängt einer an der Treppe bei mir. Jetzt hast du dich gebeten. Ach, jetzt geht's. Vor mir. Was ist das denn, ey? Nein, nein, nein. Fuck. Äh, der andere ist hier in dem einfach Raum. Oh ja, ich... Ja, der ist... Ja, der ist... Ja, der ist... Klopp, klopp. Teil mal das hin mehr. Hier hinten rechts da... Treffe ihn nicht. Ich habe ihn auch nicht getroffen. Ja, der sitzt rechts im Raum. Oh, okay. Oh, nice. Der war afk jetzt gerade, lol. Ne. Doch. Guck doch. Ja. Hat sich nicht von dem Schild wegbewegt. Der war afk. Ne, ne, das war die Erschütterung von der Flash. Moment, ich wurde aber angeschossen. Mein Schild war doch kaputt. Ja, aber ne, das war ein Team und das war ich. Du, achtschgeige. Die ist richtig fokuss auf das Game. Die kriegt alles mit. Welche Spiele freust du dich so in der Zeit? Hast du irgendwas auf dem Schirm oder ist das so egal? Hast du mitgekriegt irgendwas mit Zombie? Das wollte ich gestern noch nachgucken, aber ich habe vergessen. Was sind Zombies? Gibt es davon jetzt bald Spiele? Nein, Black Ops 3 soll wohl irgendwie ein einzelnes Zombie DLC noch kommen. Wie es damals mit Black Ops 1 war. Moon Map soll wieder kommen, keine Ahnung. Ein Monat früher auf der Gay Station. Ne, noch besser. Das Ding ist nicht im Season Pass enthalten und soll 40 Euro kosten. Call of Duty halt, ne? Boah, also. Naja, keine Ahnung. Hätte ich okay gefunden. Du kriegst jetzt Season Pass für die vier Jahres DLCs. Und wenn die sich aber entscheiden, jetzt noch was Bonus zu bringen, finde ich das doch voll in Ordnung. Ja, aber das sollen dann wirklich aber bitte geile Maps sein. Ja, das ist ja Ansichtssache. Fünf Leute finden die geil, fünf Leute finden die nicht geil. Bei Black Ops 1 war ja das letzte Zombie DLC, war ja im Endeffekt ein Remake von vielen Maps und die Moon Map war neu. So, zwei der Maps fand ich halt total für'n Arsch. Das ist ja deine Einschätzung, vielleicht fanden die nicht für'n Arsch. Ja, aber die haben halt keine Easter Egg, keinen Inhalt, kein Nichts. Das waren halt die ganz alten Maps gewesen und die fand ich halt, die sind halt, hm, halt ansichtbar. Early geht auch erst in den Kinofilm und am Ende geht er auch wieder mit Katze. Erstmal für'n Arsch. Mein Geld wieder. Hatte keine richtige Story, der neue Fast and Furious. Was machen die denn schon wieder? Das ist aber ein anderer. Das war schon, nein, das war schon wieder der Line oder nicht? Dann ist das schwer. Ich glaub das ist nicht das, warum werden die eigentlich? Warum kann man die nicht? Ich reporte die jetzt. Okay, aber jetzt rushen die erstmal. Reporten die gleich. Das Gerät ist am Platz. Auf die der Linken glaub ich davon. Alter. Ja die Turbeln da unten halt rum. Das ist ebenfalls die Ash, die war's nicht wirklich wirklich bewegte. Und sonst so Alex? Wie geht's Frauen und Kindern? Ja ganz gut und bei dir so? Ja bei mir auch. Boah, die wollen immer viel Geld haben jetzt so, die Kinder und Taschengeld. Ja. Early will auch immer fehl Geld. Boah. Was ist denn los Leute? Ja, keine Ahnung. Ehhhh. Zack. Report. Ja, die anderen beiden waren neu. Nur noch der Einstein-Typ. Die waren maximal zu zweit gewesen. Ja Mensch. Da haben wir so keine Chance gehabt. Vor die Stream-Snipern. Eww. Wir warten jetzt gleich mal kurz um zu suchen. Übrigens, solche Szenen sieht man nur wenn man keinen Ranked spielt und deswegen könnt ihr auch gerne das Merch holen, warum keinen Ranked. Ne? Und bevor jetzt noch so ein lyrisches Outro kommt wie gestern oder vorgestern, lassen wir's lieber. Däumchen da lassen nicht vergessen. Unbedingt bei mir vorbeischauen. Und bis dann aus der Lenden. Tschüss. Tschüss. Bis dann.